Mir liegt ein Schreiben von diesem Steel Cage Birnen vor. Er beschwert sich darüber, dass diese Arbeit überhaupt geschrieben wurde und gesendet wird. Er möchte sämtliche Stellen, die alleine gestellt und günstig können, zusammenhandlos der Polizei und vielen anderen Stellen melden. Mit dem Ziel, dass wichtige Stellen dies ungeprüft und durch Hörensagen bearbeiten und uns größtmöglichen Schaden zu pflücken. Ach, Professor, gut, dass Sie uns über diesen Brief informieren. Wir kennen ja seine Briefe zur Genüge. Ich glaube, er braucht einfach mal etwas Spaß. Schicken Sie ihn doch einfach mal zu mir. Das geht jetzt wirklich zu weit. Nicht alles lässt sich durch deine Dienste lösen, Chantal. Claudia, Chantal, jetzt hört bitte auf euch zu streiten. Wir sind doch aus einem anderen Grund hier. Sowas ist natürlich sehr übel. Aber wir sollten uns nicht davon beirren lassen. Chantal, Claudia, Märchentrude, lasst uns unsere Arbeit fortsetzen.